Musik Also für mich ist Ginzling ein echtes Paradies, ein kleines Dorf, das es mit dem Charakter eigentlich im ganzen Zillertal und sonst darüber hinaus kaum noch gibt. Ginzling ist für mich familiärer Bezug, kleine Gemeinde, wahnsinnig erholsam und kindergerecht. Und was sicher als Familie besonders wertvoll ist, man hat an sich die ganze Infrastruktur im Ort. Es gibt einen Kindergarten, es gibt eine tolle kleine Volksschule, inzwischen sogar mit Nachmittags- und Ferienbetreuung. Also ich glaube nicht, dass man sich fast mehr suchen kann aktuell. Ginzling ist einfach cool! Kurzer Arbeitsweg, einfach gewaltig und trotzdem ein bisschen abseits. Die Snowtubing-Strecke, die Rodelbahn, also man hat speziell jetzt als Familie, mit Kindern, eigentlich das ganze Jahr wird einem nie langweilig. Man hat mit dem Hochgebirgsnaturpark direkt ein Schutzgebiet, was quasi bis direkt vor die Haustür geht. Es ist eigentlich das ganze Dorf wie ein großer Garten zum Spielen und das ist, glaube ich, speziell in den Zeiten, wo wir jetzt sind, für Kinder und Familien eine ganz tolle Sache. Also ich kann nur jedem empfehlen, nach Ginzling zu kommen und am besten auch dort zu wohnen. Ich finde Ginzling ganz toll!